Musik Jeder sagt halt, dass Technik und so eher für die Männer sind. Man sagt ja auch immer, krankere Schwester und ich habe irgendwie kranken Bruder. Und dann denken halt ganz viele immer, ja das sind dann nur Berufe für Frauen. Also hier haben wir auch gesehen, dass hier auch ganz viele Frauen waren. Weil sonst kann sich das immer so, dass in so einem Werkstatt neben Männer waren. Aber hier waren auch ganz viele Frauen. Und das fand ich immer auch ganz gut. Ich mache heute beim Boys Day mit, weil mich das einfach generell alles in der Krankenpflege interessiert und ich gerne anderen Leuten helfen möchte. Ich habe mich angemeldet, weil ich mal gucken wollte, wie es hier so ist, wie hier gearbeitet wird in der Pflege. Und ob ich es vielleicht irgendwann auch nochmal machen würde. Da es diese Klischees gibt, dass es jetzt ein typischer Frauenberuf ist oder ein typischer Männerberuf halt eben, dass sich dann manche Frauen auch nicht trauen und auch sagen, ja eigentlich interessiere ich mich auch für Technik und ich interessiere mich auch dafür jetzt mal irgendwas zusammenzuschweißen oder sowas. Aber dann denken sie sich, da sind schon so wenig Frauen, schaffen die das nicht? Oder ist es einfach, kann ich das nicht? Und das ist, glaube ich, ein Problem, was aber auch, finde ich, immer besser wird, auch gerade durch diesen Girls Day. Egal, was du machst, wird dir gelingen, wenn du es gerne tust. Und das ist die Botschaft auch des heutigen Tages. Und das wollen wir auch zeigen. Und deshalb wollen wir Mädchen ermutigen, auch in einen vielleicht Mädchen- oder Mädchen-untypischen Beruf zu gehen und Jungs umgekehrt ermutigen, auch in einen Beruf zu gehen, der vermeintlich ein Frauenberuf ist. Wir wollen das Signal aussetzen, es gibt den typischen Frauen- und Männerberuf eigentlich nicht. In der Zukunft sollen alle das machen können, was sie am besten können und was sie wirklich auch gerne wollen. Super spannend! Wow! Anstrengend, oder? Ja. Anstrengend!